Wir wollen andere Ortschaften erkunden, andere Baustellen beklauen, uns wieder mit Kegelschiegel Ich will Kegelschiegel sehen, ist mir scheißegal, ich will nur saufen. Ja, ich auch, aber du musst doch erst fahren. Ja, dann fahr doch, überhol die Schweine. Nein, darf nicht, ich fahr schon zu schnell. Das ist mir doch scheißegal, 100 ist erlaubt, fahr die um. Ja genau, eines muss ich dir auch wissen. Nur weil du die Prüfer mich bestanden hast. Ja, deswegen darf ich es doch sagen. Ja genau. Hure. Schlappe. Watte. Ich bin dumm. Nein, ich bin dumm. Nein, ich bin dumm. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, er. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Junge, über 110, was machst du denn nur? Genau. Ja, genau. Ja, echt mal. Kauf der scheiß Ferrari. Ist ja noch bei ihm. Na eben. Ist der Renault hier da. Renault. Junge, ich sitze hier, hallo, jetzt sind wir zu viert, nein zu fünfte inklusive Matratze, sonst brauche ich unbedingt den Schnaps. Junge, fall los jetzt, es ist eng hier. Was ist eng? Du bist eng. Ja, das ist eng. Dieses miese Mindestauto hier. Jetzt fährt es ganz schlecht. Du bist dumm, ey. Du siehst gar nichts. Junge, du fährst eh gerade aus der Arsch, doch also. So, jetzt, ich mach heute Party, machst du heute Party? Ich mach heute Party, machst du heute Party, Charlie? Ich mach heute Party, machst du heute Party, Maschi? Ich mach heute Party, machst du heute Party, Kerlheit? Der wird nicht, der macht keine Party. Wir machen trotzdem Party, saufen! Ja, alles versaut. Saufen! 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 Wir sind hier auf der miesen Mindestautobahn A4 Richtung Drehstellen. Ah, genau! Ah! So, wir sind hier Parkplatz Ruhe, Schnecke? Schrecke! 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 Zum! 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 Ja, wir sind gleich bald alleine. Juhu! 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 Ich bin doch scheißigerlei. Das wird geext. Ja, was ist denn? Ja, stimmt. Kostet 99 Cent. Wollen wir? Ja, nimm mit. Also 99 Cent. Ach so. Voll der Mindestwein. Für den Wein. Ja genau, für den Wein. Das sind drei Dumme, die versuchen ein Zelt aufzubauen. Das ist der Patrick. Ich baue den Boden ab. Du, da fehlt auch noch ein Brett vor dem Kopf. Das weiß der. Genau. Wahnsinn. Warum nicht? Das wird die Idee gelassen finden. Ey, die sind direkt mit dem Namen auch noch weg. Spolschka-Foi-Foi. Ich hab dir Flasche-Karott gemacht. Das ist für dich gefallen. Ja. Das schneidest du raus, ja? Was schneid ich raus? Wie willst du immer raus schneiden? Ich glaube, ich weiß, was er schon wieder vorhat. Ein Zelt aufbauen, ja. Ich glaube, er weiß er nicht. Hier, Hammer? Irgendwas? Vielleicht kriege ich selber mit dem Hammer auf die Fresse, als wenn ich hier weiter stehe und weiter glotze. Ist doch egal, ich glotze hier auch, und? Hä, wie pickt man? Eine Stange? Nimm doch eine Stange zwischen deinem Bein. Das wissen wir alle. Alter, packst du mir die Knochen ab, ja? Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Wie immer. Willst du den Hering? Sind lecker, die Heringe. Das ist aber kein Müll. Wie sollten wir die Heringe auf dem Grill legen? Schön gut durch. Oh, ja, oh. Oh. Es sind Kinder anwesend. Ich hab jetzt nichts gesagt. Ich hätt bald was gesagt, aber ich weiß es. Ja, ja. Ich weiß, dass Kinder anwesend sind. So nüchtern bin ich noch. 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 Wenn sie weg sind, dann ist es wieder eine andere Schicht. Ja, genau. Soll ich halten, ja? Soll ich mal eine Spannung aufbauen. Gasse. Mit dem Hering? Ja. Ja, dann mach das mal. Nein. Also es steht schon mal. Nicht alles geht mit Gewalt rein. Wie war der auf sich drauf? Das war jetzt. Hast du die Kamera weg? Erzähl. Das kommt auf YouTube. Weißt du, was jetzt so gefährlich ist? Da ist das Gang Folge 6. Nee, Folge 5 kommt erst mal. Hast du gerade ein Video? Ja, das landet bei YouTube. Denk dran, alles was in Washington passiert landet bei YouTube. Genau, YouTube. War deine Tube? Danke ich doch. Das ist der coolste der Gang hier. Hast du ein Hering? Ja, gar nicht. Gut durch die Heringe. Aber genießen. Hier. Schmecken die Heringe? Ja klar, dann fisch. Na ja, nicht ganz fisch. Ist aber Eisen, das braucht man. Bisschen Eisen? Nein, das stimmt doch. Eisen braucht der Körper. Braucht der alte Mann. Brauchst du Licht? Licht? Der alte Mann. Der ist älter als ich. Ja genau. Geistig. Ich bin um das halbe Jahr da. Aber ist egal. Ja, ja. Und wie wir sehen. Das Zelt steht. Dieses Zelt steht auch. Junge. Passt da nicht rein. Ich sag's dir. Dieser miese Versuch, das Mindest Matratz da reinzustopfen. Und ich hab wieder mal ein geiles deutscher Leib. Hier. Junge, das passt grad zu. Wetten. Es darf nur nicht regnen. Es darf nur nicht regnen. Es darf nur nicht regnen. Ganz genau. Was lachst du denn da hinten schon wieder? Ja, älsterklapp. Mensch. Dumme Spruch. Reiß raus. Au. Ja, tut dir doch weh so dumm wie du bist. Pass mal ein bisschen auf bitte. Kann man zu uns sagen hier. Ich will dein geiles Gesicht noch hinterher haben. Ist auf. Hallo. Es tut mir auch vorbei. Meileid. Ich hab ne Rolle von der Rüstung an mein linken Bein jetzt dran. Damit ich aus dem Fenster rollern kann. Damit ich aus dem Fenster rollern kann. Ja. Bissin hell ja. Oh. Sag was dazu. Jungs. 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 Statement. Saft nicht so viel. Lass mich saugen, wenn ich mir die Kamera aus dem klinge. Wunderung Wasser. Das ist doch weg. Ich saube. Jungs. Aber auf Ex hier. Hab ich's doch. Hier. Voll auf Ex. Ja, hier. Jungs. Aber auf Ex. Nicht rauchen. Und selbst da kann noch zwei Tröpfen raus. Der Aufschlag. Das sieht aus wie von. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Alles gut? Der Mindestgängster. Der Mindestweid. Das Auge der Weid. Junge, das Mindestbier in Alufolie eingehüllt. Der Mindestweid. Ja, sogar Mindestweid. So. Ist das Loch gut? Egal. Abo. Die sieht gut aus, gell. Woher hab ich das schon wieder? Woher hab ich das schon wieder? Das war von ihm hier. Das war von seiner Sonnenbrille. Das war von seiner Sonnenbrille. Ja. Junge. Die ist top modern. Die kostet 1000 Euro. Au. Du sollst fangen. Arschloch. Ja. Ich muss das tun. Das ist für eine Reportage. Reportage für RTL. Ja genau. Für RRL. Seht doch nicht mehr warm. Diese Miesenleute rauchen Shisha. Junge, zeig diesen erotischen Finger nochmal. Oh ja, jetzt habe ich einen harten. Junge, er knuspert vor mir. Wiss doch der knuspern, hast doch. Mal müsste ich knuspern. Knuspern, 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 der knacket an sein Vasen. Ist doch egal wo langlaufen, wir sind in Aschachsleben. Hey! Clear! Hey! Junge, was kannst du eigentlich? Ich will so klirre, hä? Jemand da so kommt. Jawoll, geht doch. Ja, das klirre, da kam sogar Schärme in meinen Becher. Geil. Oh, jetzt habe ich einen harten. Bist du sicher? Ja, mach doch. Ja, mach doch. Ja, warte. Du meinst mit F C K C A B. Hier unten ist weiße. F C K. Warum hast du auch einen weißen? Warum ist der nicht so dick wie der erste? Ich weiß, dass ich kein dicker denn gefunden habe. Polizei, aber schau. Ich weiß nicht, dass ich das jetzt hier. Aufraben. Ja, mal auf. Falls du willst. Ja, das fällt nicht so auf. Und einfach mein Trecken. Zack, 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 zack. Junge! Ich hab das auch noch auf Video drauf. Nein! Hier, wohne stärker als Pio. Ich glaub, die lebt noch. Deine Mutter ist in Lost Place. Oh ja, da war schon lange keiner mit drin. Sag ich doch. Komm, wir brechen ein. Mit meiner Mutter. Dauer gut. Wir brechen bei deiner Mutter ein. Ja, ich glaub, meine Mutter ist in Lost Place. Der hat doch noch zu lange keine mit drin. So, jetzt fickt euch. Was? Oh nein, jetzt kommt der Vollidiot. Ich komm nicht rein. Du kommst nicht rein. Nein. Nein. Der kommt jetzt zu dir. Jetzt kommt er zu dir. Schmeiß dir das Handy weg. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Junge! Du hast mir voll ins Gesicht geschlappt. Ja, komm her. Du hast es verdient, Junge. Nein, weg, 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 weg. Ich hab Angst. Berechtigt. Ich weiß nicht, wann ich zuschlage, aber ich schlag zu. Was willst du? Komm doch her, Junge. Nee, jetzt nicht. Jetzt hab ich ein Bier. Ich hab einen Haken. Echt? Geil. Wetten nicht. Wetten doch. Komm her und fühl ihn. Fühl doch her. Ein Waschbischof. Es ist Sonntag. Bald 7 Uhr. Und ich bin der einzige, der richtig wach ist. Egal. Wir sind auf der Rückfahrt. Ihhh. Guck du diese Ohren. Du bist eine Hure. Nein, du! Nein, du! Nein, du! Nein, du! Nein, du! Ich bin der. Genau. Na? Ich schlitt jetzt nicht. Was bist du denn jetzt mal? Deswegen mach ich's doch öffentlich. Feinstes Mindest Fast Food. Wir brauchen ja keine Werbung machen. Keinen Fall. Alter, was hast du denn da liegen? Das ging jetzt nur um das Menü. Unser Körper. Okay. Schön doppel Käse. Boah. 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 Boah.